Radfahren ist gesund und gut fürs Klima. Die Hälfte der Wege, die wir jeden Tag mit dem Auto zurücklegen, ist kürzer als fünf Kilometer, also eigentlich eine ideale Radl-Distanz. Damit mehr Menschen jeden Tag gerne mit dem Radl unterwegs sind und sich dabei auch sicher fühlen, brauchen wir bessere Radwege. Das ist das, was wir Grüne erreichen wollen. Deswegen brauchen wir ein gescheites Radgesetz in Bayern, das dafür sorgt, dass die Kreuzungen sicher werden, dass wir an allen Strecken, wo neu gebaut wird, eigenständige, gute Radwege kriegen, dass der Freistaat Bayern selber Radschnellwege plant und nicht das auf die Kommunen abwälzt und dass wir auch überall, wo es nötig ist, gescheite, diebstahlsichere Radabstellanlagen bekommen. Dann geht es vorwärts, dann werden die Leute sehr gerne lieber mit dem Radl fahren, als mit dem Auto und Bayern wird ein echtes Radl-Land, das Fahrrad zum beliebtesten Verkehrsmittel.